Willkommen zurück zu Doom Part 8. Naja, jetzt gehts weiter. Ich bin hier. Danke. Jetzt kommt da so ein Stängel, der geht. Das muss ich hier nochmal beachten. Ich hab mal Runde drücke. Da. Witten in den Tuch. 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 Ich glaub ich, wird leben erstmal komplett verwischt. Ah, der Einfache. Ne, so einfach. Oh, ne, jetzt geht es schon wieder an. Oh, ich kann ja jetzt sofort One-Shot und die Sonne annehmen. Wurzeln. 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 Ist anstrengendwerfig. Wurzeln. Wie ist das hier? Es ist ein Rumpus hier Oh, das ist ein Rumpus Das ist ein Rumpus Das ist eine Rumpus Nein, ich bin jung. Es ist immer noch nicht zu Ende. Nein. Ist das ein Fahrstuhl? Nein. Die Energiesignatur des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Atem-Einrichtung nähert. Wenn sie die Akkumulator in der Lebens-Artenstraße zerstört, könnte sie ein Tor in deren Welt schaffen, das wir niemals schließen können. Was ist das? 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 Vielen Dank. Das war's. 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 Und dann endet es. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Man kann sagen. Das war's. Das war's. Das war's.